Als Kinder fürchten wir die Dunkelheit. Alles könnte da draußen sein. Das Unbekannte beunruhigt uns. Es gibt jene, die sagen, wir sollten nicht zu gründlich nachforschen. Wer da sonst noch leben könnte in dieser Dunkelheit. Es sei besser, es nicht zu wissen. Doch wir suchen weiter. Leben sucht nach Leben. Leben ෙ